Liebe Zuschauer, wir kommen zum mutmaßlichen Spionagefall in den Reihen der AfD und bleiben damit in gewisser Hinsicht auch auf der europäischen Ebene. In einer Sitzung der AfD-Spitze in Berlin heute wurde entschieden, Maximilian Krah bleibt trotz der Spionagevorwürfe gegen seinen Mitarbeiter, der Spitzenkandidat seiner Partei für die Europawahl. Es hieß aber, er sei mit der Parteiführung übereingekommen, dass er am Samstag beim Wahlkampfauftakt in Donaueschingen nicht dabei sein werde. Hier sein O-Ton von heute Vormittag. Also Sie sehen mich nach einem sehr freundlichen, konstruktiven, aber der Sache angemessen ernsten Gespräch mit meinen Parteivorsitzenden. Wir haben das weitere Vorgehen erörtert, die Lage versucht aufzuklären. Das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Nachdem heute der Haftbefehl bestätigt wurde, werde ich noch am heutigen Tag den betreffenden Mitarbeiter kündigen. Bin sehr an der Aufklärung interessiert, werde mich darum bemühen rauszubekommen, was konkret vorgeworfen wird. Wir werden auch bei mir im Büro weiter daran arbeiten, alles zu rekonstruieren, was in dem fraglichen Zeitraum von ihm bearbeitet wurde. Jetzt ist eins passiert, der Wahlkampf wird jetzt natürlich durch diese Angelegenheit furchtbar überschattet. Das heißt also, man redet jetzt leider über China anstatt über Europa. Aus dem Grund sind wir übereingekommen, dass ich am Samstag in Donaueschingen nicht dabei sein werde. Wenn Sie jetzt aber glauben, das sei das Ende meiner Spitzenkandidatur, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich bin und bleibe Spitzenkandidat. Es geht jetzt darum, dass wir den Wahlkampf wieder auf die europäischen Themen fokussieren und wegkommen von dieser letztlich sehr unangenehmen Angelegenheit. Es bleibt aber dabei, dass ich kein persönliches Fehlverhalten mir vorzuwerfen habe. Es ist in meinem Büro offenbar eine Straftat, das muss ich ausgeben, ist ein hoher Verdacht begangen worden. Das ist sehr unangenehm und es ist in meinem größten Interesse, das aufzuklären. Aber es ist eben nicht, dass ich es getan habe. Vor diesem Hintergrund bleibe ich im engen Austausch mit beiden Bundessprechern. Wir werden jetzt den Wahlkampf entsprechend anpassen. Ziel ist es, dass wir über Europa reden und dass diese Angelegenheit dahin kommt, wo sie hingehört, nämlich zu den Justizbehörden. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen und hoffe, dass Sie was Gutes draus machen. Vielen Dank. Ja, das war also die gesamte Stellungnahme von Maximilian Krah, dem Spitzenkandidaten der AfD zur Europawahl. Sein Mitarbeiter ist ja gestern verhaftet worden und heute wurde er übrigens in Urhaft genommen. Professor Volker Kronenberg, der Politikwissenschaftler, ist bei uns im Phoenix-Studio. Ja, Maximilian Krah, wir fanden hier bei Phoenix, dieser Auftritt war sehr selbstbewusst, um nicht zu sagen souverän, so nach dem Motto. Das war ja mein Mitarbeiter. Ich habe damit aber nichts zu tun, so ungefähr, um es mal salopp zu übersetzen. Wird er damit politisch durchkommen? Ich glaube, das ist die offene Frage, die keiner derzeit beantworten kann. Ich hatte auch die Wahrnehmung, beziehungsweise vielleicht war es auch ein Stück weit gespielt. Er geht natürlich jetzt voll aufs Risiko, er, beziehungsweise auch die Parteispitze. Das Gespräch heute, Weidel Choupala, hatte das Ergebnis, warum? Man kann natürlich im Zweifelsfalle jetzt auch juristisch ihm gar nicht mehr von der Liste nehmen, diese Spitzenkandidatur formal nehmen, solange er nicht verurteilt ist. Es geht aber ja in diesem konkreten Fall auch nicht um ihn. Aber Herr Fittkau, das Ganze ist natürlich durchaus heikel. Es gibt einen Teil in der AfD, so nehme ich das wahr, die sagen, naja, gerade jetzt, so wenige Wochen vor der Wahl, kommen diese Vorwürfe und dieses wird aufgedeckt. Das könnte ein Komplott sein, also reinschließen ist das Signal. Die anderen sagen, das ist natürlich ernst zu nehmen. Das ist ja ein Vorgang um diesen Kandidaten. Dann haben wir Vorwürfe an einen anderen Kandidaten, vermeintliche Schmiergeldzahlungen, anderes mehr. Und hier geht es dann natürlich auch an das Image der AfD, die ja sich abgrenzt sozusagen von den anderen Parteien und nicht irgendwie so in den Verdacht kommen will, dass man beeinflusst wird mit Geldzahlungen, anderes mehr. Das heißt, es ist schon ein Risiko. Also schadet es vielleicht doch der AfD, weil man über diese Vorgänge Vorwürfe, sie sind noch nicht erhärtet, es hat noch keine Verurteilung gegeben, oder konzentriert man sich eher auf die Inhalte, für die die AfD steht. Die Frage ist offen. Maximilian Krah, das wurde entschieden heute Vormittag in der Sitzung. Der Parteispitze wird beim Wahlkampfauftakt für die heiße Phase zur Europawahl in Donau-Eschingen dann nicht teilnehmen am Samstag. Und die beiden Führungsleute teilen mit, jegliche Einflussnahmen fremder Staaten durch Spionage, aber auch der Versuch, Meinungen und Positionen zu kaufen, müssen aufgeklärt und mit aller Härte unterbunden werden. Damit ist sicher auch der Fall Baystron gemeint. Und wie schwierig ist es denn für Chrupalla und Weide, jetzt Ihre Partei von solchen Vorgängen, Spionage ist ja ein sehr ernster Vorgang, abzugrenzen? Naja gut, also das ist natürlich extrem heikel. Und es ist ja jetzt sozusagen, er ist nicht beim Wahlkampfauftakt physisch präsent, aber im Grunde der Elefant im Raum. Er ist ja irgendwo, auch wenn er physisch da nicht, steht es im Raum. Es wird jetzt aus Sicht der AfD und der AfD-Parteiführung darauf ankommen, dass man natürlich die Aufmerksamkeit auf die Inhalte lenkt in den letzten Wochen. Die Wahl ist im Juni. Und dass das jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen dann doch wieder ein Stück weit in den Hintergrund tritt, das könnte so lange aufgehen, bis es womöglich neue oder weitere Vorwürfe gibt. Wir lesen ja heute auch, so ganz neu war das, kann das auch gar nicht gewesen sein für Herrn Krah. Es gab ja journalistische Anfragen schon im Herbst. Die FBI hat ihn verhört. Wieso ist er jetzt so überrascht? Das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne der Parteiführung, weil man hier voll auf Inhalte gehen will. Das ist die Offensive, die fundamentale Kritik der Europäischen Union. Wir erinnern uns an Höcke, die EU muss sterben, damit Europa lebt. Also die fundamentale Infragestellung dieser EU und dieses Systems von der Leyen und so weiter. Aber diese Aufmerksamkeit, dieser Fokus, das gerät natürlich ein Stück weit verdrängt zu werden und damit natürlich auch die Mobilisierung der Wählerinnen und Wähler, der Anhänger, der AfD die Stimme zu geben. Zumal es ja jetzt auch andere Parteien und Bündnisse gibt, die ein Stück weit auch Europa-EU-kritisch sind.